ja hallo ihr lieben wie bereits im let's play angekündigt werden wir euch jetzt hier alle runden szenen zeigen die wir aufgenommen haben die ich dann aber im eigentlichen let's play rausgeschmissen habe als wir durch vulkania gelatscht sind vielleicht macht es euch ein bisschen spaß zu zugucken und wenn nicht dann könnt ihr hier einfach weg klicken ich sage schon mal vielen dank fürs zu gucken und bis zum nächsten mal malin 55 m okay also ich sehe schon das gibt eine richtig schöne spieler sprechen wir auch die mickey maus nehmen wir könnten dann natürlich auch ein wenig langsamer ja dann kannst du bestimmt vier folgen draus machen ja das höchstern jeden abend der kopfhörer um einzuschlafen das ist doch eine gute idee warum finde ich eigentlich keinen sicher aber ich habe doch erst fünf wieviel wollten die haben als spieler vergessen ja 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 aber ich finde ja keinen mehr hier ist keiner mehr sanddollars haben wir genug da habe ich vier stück das ist auch kein seestern lustig ist das ist william schatten das toupet das da liegt aber ich mag ihn trotzdem so ich hab's gesagt ja und ich fand in den boston legal einfach auch fantastisch durchgeknall ich leider nur wenige folgen gesehen vor muss ich ehrlich sagen aber das war das ist eine klasse serie wirklich die hatte viel bis und ich finde keinen seestern mehr ich finde keinen seestern mehr aber jetzt ist bestimmt irene oder dass ich wie sie heißt bestimmt jetzt da ja ich hoffe mal ist bestimmt das ist bestimmt oder oder gibt es dann noch mehr frauen gab es ja gar nicht im ersten teil er doch sind ja gab es schon genau brein war die am altar wo ich mal früher dachte das ist sandja als ich die bilder gesehen haben ach so ich glaube es doch nicht was will denn es sind bereits drei minuten sie kommt wohl zu spät nein sie kommt nein nein ich würde sagen laufen noch drei runden das können wir doch schneiden das ist sinnlos nein nein das machen das wird das wird eine richtig lustige speedo matic eine ganze speedo matic folge wird das wie um wieviel schneller ist sie denn um die halbe ich fass es ja nicht um wieviel schneller ist es denn ist es dann doppelt so schnell oder nicht ganz ne ja 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 doch ziemlich ziemlich doppelt so schnell ja toll jetzt hast du den rhythmus kaputt gemacht jetzt kannst du von vorne die runde um anfangen genau du hast vielleicht nerven drei minuten bitte nicht oh nein ich will nicht mehr ich mag nicht mehr ich finde es grauenvoll das kann man nicht vorstellen kein spiel kann so dumm sein doch ist es aber hat der wieder hallo tonte oh man erzähl mir mal einen schönen witz hast du schon eigentlich äh witz oh gott ich und Witze ich bin immer so verdammt witzig äh ich glaube wir sollten deine sandja da aufstocken ich habe so irgendwie die befürchtung wir brauchen noch ein paar sonst ne ich glaube jetzt hoffentlich ich hoffe nicht witz was solltet ihr witz jetzt hier nennen witz ja oder irgendwas anderes ist ja egal ja ja wenn man danach fragt weiß man natürlich wieder nichts ne genau geht es jetzt hier weiter ja hinten rechts da ja genau hab ich denn eine anekdote zu dem spiel zu erzählen nö ich würde bloß das meckern aus es würde bloß das meckern aus abend ja aber da oh man aber ich kann mich echt jetzt bis jetzt konnte ich mich an diese zähne nicht erinnern obwohl die ist doch so schlimm da und die muss man sich doch erinnern endlich ne im prinzip ja verdrängt vielleicht wahrscheinlich vor lauter frust oder so keine ahnung ah ne ich will ja seesterne aber erst zwei minuten jetzt sollte man irgendwie so ein song einspielen weiß ich auch nicht ja weil diese spielmusik ist auch das schutz Das guck ich mir bestimmt gar nicht an, ey. Das Video werd ich mir selbst sperren. Oder wir können ja nochmal singen. Stayin' Alive, stayin' Alive. Stayin' Alive. Stayin' Alive, stayin' Alive. Wie beginnt das andere? Der Nachfolger? Ach nee, das war der... Nee, Dance? Nee. Wie ging der erste Teil? War das der erste oder der zweite Teil mit John Travolta, der Tanzfilm? Stayin' Alive war glaube ich der zweite, ne? Disco. Stayin' Alive war der erste, was du bei den Night Fever. Stayin' Alive, Night Fever, Night Fever. Ja, 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 ja. Ha, 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 ha. Night Fever, Night Fever. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ich hab meinen Polyesteranzug verlegt. Larry hat ja in den Kopf raus. Die Socke, die... Heißt du Leisure Suit Larry zufällig? Ja, den siebten hab ich durchgespielt, aber keinen anderen. Den sechsten hab ich mal ein bisschen gespielt, aber den anderen hab ich nie gespielt. Ich hab nur die ersten drei gespielt. Äh, und ich hab auch bei, äh, Anna, Let's Play mit Anna heißt der Kanal. Da läuft zur Zeit Leisure Suit Larry Leather 1 im großen Pulg. Und ich glaube, da sind wir zu viert oder so. Ja, das ist auch sehr... Da soll jetzt ein Remake rauskommen. Bei den ersten Teil hab ich gehört. Schon wieder. Mal sehen. Auch nochmal eins. Also ich finde diese, dieses Urspiel find ich eigentlich sehr schön. Also wie gesagt, ich fand den siebten, hab den siebten bisher nur gespielt. Und das war ja so ne Mischung aus Parser, also Texteingabe und Klicken. Das fand ich ganz gut. Ah ja. Aber der ist ziemlich harmlos, also man sieht da echt nur nacktes Fleisch, wenn man die Easter Eggs, äh, freischaltet. Ich weiß nicht, wie's bei den anderen Larrys war. Ja, da gab's auch so einen Schutz. Das war echt ein bisschen schade. Also es ist mir zu, also ich bin Larry nicht schlecht, den Humor, vor allem die Synchron, das ist ziemlich gut, selbst die Deutsche. Aber es ist mir zu harmlos, also vom, vom Schmutzigkeitsgrad her. Okay, also... Da hätte ruhig ein bisschen mehr sein können oder so. Ah, ähm, musst doch sehr bitten. Weiß nicht, ja, es ist halt sehr früh. Sexistisch, das schneide ich raus. Äh, also ich fand die ersten drei fand ich total witzig. Ja, der Humor ist gut. Ja, die waren wirklich klasse und dann, äh, vierten, also den offiziell vierten gab's ja nicht, gab's fünf. Stimmt, der wird ja gestrichen, ne? War Lowe mal gesagt. Ja, nee, Lowe hat gesagt, es wird kein vierten Teil. Sollte der nicht irgendwie eine Online-Promotion haben oder so? Und das hat nicht geklappt oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Ganz komisch. Äh, nee, also ich weiß es nicht, er hatte, er hat gesagt, es würde kein vierten Teil geben. Und dann ging's aber doch weiter. Und weil es keinen vierten Teil geben sollte, haben sie halt, äh, dann fix gemacht. Und im Fünfer kam dann, äh, ja, doch, Passionate Patty wieder vor. Und da wurde dann auch gesagt, der vierte ist, äh, the case of the lost floppies oder so. Also der, der Fall der verlorenen bis Ketten. Und deshalb, äh, ja, wir sind ja schon bei 20 Minuten, naja, das wird dann zwölf oder so. Oder ich schneide was raus, mal gucken. Das ist ja entsetzlich. Jedenfalls hatte ich, glaube ich, noch eine, so ein paar Sprüche vom siebten Teil hatte ich noch im Kopf. Aber jetzt kriegt wieder kein zusammen. Oh, da muss ich mal kurz nachdenken. Schade. Die waren ziemlich gut. Äh, ich glaube, er macht irgendwie, man kann mit Larry Telefonstreichen machen am Anfang. Eine Rezeption. Und dann sagt er irgendwie, er ruft so an hier, weiß ich, äh, haben sie Interesse am Ambumsen? Und eine Frau hieß Ambumsen, Annette Ambumsen. Dann Larry so, haben sie Interesse am Ambumsen? Was war das für Sprüche? Äh. Ich weiß nicht, ich krieg keinem mehr zusammen. Das ist scheiße, die waren so gut. Das ist auch vielleicht besser so, das ist ja graufvoll. Weil es sind diese furchtbaren deutschen Übersetzungen. Die war echt gut, die war wirklich fantastisch. Also, ich hasse deutsche Übersetzungen, aber die war echt gut. Und auch so einen geilen Soundtrack. Hat auch richtig coolen Soundtrack gehabt, so mit Live-Instrumenten. War das Love for Sale eigentlich? Ja, das war das siebte, genau. Ah, okay. Der hat auch so ein cooles Gadget mit gehabt in der Packung, so eine, so, da konnte man dran riechen. Also, man, im Spiel kam dann so ein Dings, bitte jetzt da an diesem Dings, äh, das freirubbeln, dann hat's das eh nach, ja, nach Scheiße gerochen oder nach, keine Ahnung was ich was, was da grad da so hätte riechen können. Ja, ich kann mich erinnern, so, das hier, guck mal. Ja, das heißt bestimmt nicht. Und ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen müssen. Bestimmt noch mal drei Minuten warten. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020